Mit raschem Schritt zurück auf den Trainingsplatz. Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking konnte es gar nicht erwarten, endlich wieder mit seiner Mannschaft zu trainieren. Die Vorfreude beim 49-Jährigen auf die kommende Bundesliga-Saison, sie ist riesengroß. Wenn man dann erstmal wieder in der Kabine drin ist und sieht die Jungs aus dem Urlaub wieder da sein, dann gibt es natürlich die ersten Gespräche gleich und dann ist man auch relativ schnell wieder im Alltag drin. Und deshalb, die Vorfreude auf die Saison ist natürlich immens, wie eigentlich jedes Mal, weil wenn man im Urlaub dann so die ersten Spielansetzungen mitbekommt, Pokalauslosungen mitbekommt, die WM verfolgt, dann ist das Kribbeln natürlich dann doch nie ganz weg und jetzt, wo es bei uns dann auch wieder losgegangen ist, dann wird sich das auch von Tag zu Tag steigern. Beim ersten Training der neuen Spielzeit fehlten auch die Neuzugänge Sebastian Jung und Aaron Hunt nicht. Doch damit sind die Kaderplanungen bei den Wölfen offenbar noch nicht abgeschlossen. Sie wissen, irgendwann werden wir schon noch einen holen und nur wir haben uns eben gesagt, dass wir uns da in keinster Weise irgendwie drängen lassen. Ja, es muss passen und wenn es passt, dann werden wir sicherlich auch noch eine neue Verpflichtung präsentieren. Noch fehlen den Wolfsburgern insgesamt sieben WM-Fahrer. Doch bald hat Hecking wieder seine ganze Truppe zusammen, um sich so optimal auf die neue Bundesliga-Saison und das Abenteuer Europa League vorzubereiten.